Wir haben ein Lied, ein gemeinsames Lied und da freue ich mich schon den ganzen Abend, weil ich auf dem Flügel liegen darf. So, es fühlt sich gut an. Könnt ihr mich dran gewöhnen. Ja, wir uns auch. Ja, habt ihr Bock? Ja. Dies ist ein bitterernstes Lied über Scherze in der Welt, weil man immer öfter sieht, dass Menschen Humor nicht mehr gefällt. Da heißt es plötzlich Schluss, ihr hört der Spaß, ihr hältst auf und wenn ihr weiterwitzelt, geben wir euch einen drauf. Darum brauchen wir jeden, der zum Lachen steht, damit es mit dem Entscheid wieder aufwärts geht. Sheep on laughing in a free world. 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 One, two, three, four. Wer früher lacht, hat länger Spaß. Ohne Scherz ist alles fest. Du machst vor Augen gegen Hass. Damit die Laune besser ist. Oh, ich möchte nicht akzeptieren und auch nicht verstehen, dass viele nicht mal mehr zum Lachen in den Keller gehen. Unseren Humor nehmen uns weder IS noch Taliban. Unseren gar nicht Nazis, AfD oder Erdogan. Nein. Sheep on laughing in a free world. Sheep on laughing in a free world. Das war die Jubiläumsskala zum 30. 30. 30. Festival. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir heute Abend hier auf der Bühne, auf dem Erchenberg. Und es waren wunderbare Kollegen dabei, allesamt. Heute Abend mit am Start. Andreas Rebers. Martin O. Sebastian Puff-Paff. Sebastian Puff-Paff. Nils Heinrich. Hazel Brugger. Und unsere großartige Festival-Band. Michael Krebs und die Pommesgabel des Teufels. Und unser wunderbarer Moderator. Das ist unfassbar an Abends. Das ist Tobias Mann. Roman Krebs und die Pommesgabel des Teufels. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020